Hallo meine lieben Leute, willkommen mal zu Zombie Kill. Da ist schon mit Waffen, Zombiestrukturen und ganz viele davon, dass wir überleben. Das ist schön, ich habe dann einen großen getroffen. Nein, ein ganzer Zombie. Leute, Leute, auf. Hallo, hallo, bist du? Ja, das ist ein neues Gast. Und zurückkommen, wie gesagt, Yvonne Schimmel. Und mit denen kommen wir auch ein paar Videos. Ich will endlich auch eine Waffe haben. Ein nicht guter Zombie. Wir haben 10 Punkte, willkommen. Das ist meine Freundin, du. Oder sie auch nicht geschnitten wäre. Äh, äh. Deine brauchen noch an die... Ich hab die zwei weggeschnitten. Äh. Der Knochen mit der... Wir wollen aber auch mit der Pistole schnur. Oh! Oha! Oha! Sind da viele? Nein! Die eine braucht... Die eine braucht... Nein! 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 Ha! Nein, Leute, ich krieg die ganz... Oh, okay. Oh, okay. Wir kämpfen. Wir kämpfen gegen die Mannschaft. Es kommen immer mehr. Noch einer. Und... Leute. Wir könnten es noch ein bisschen überleben. Oh nein! Oh nein! Eine neue Waffe, Leute. Ah. Ich hab eine... Vielleicht kann ich sie mit neun Überraschungen zahlen. Wir haben diese Runde überlebt. Und... Leute, wenn es euch Spaß macht, ist dann leicht nach oben. Und ein bisschen einfach. Alles bliecht. Wir kommen alle hin. Loll. Diese Map hier. Alle anderen fallen nach oben. Und... Tschöööö. Peace, man. Peace, man! Ja, los! Ich hab nó unten. Ja? Ja! Ich bin unsichtbarer Wunsch. Ich kenne nichts an. Nein. Nein. Ich kann 100. Da habe ich doch den Tommy gesehen. Der Mia ist er doch. Der Mia ist er doch. Ja, ja, ja. Ich schneide euch alle weg. Was? Ihr wollt meine Freunde? Die wollen schieben an. Dann schneide ich euch weg, wenn ihr... Die wollen schieben weg. Ich bin Bruno Chef. Bruno Chef schickt jeden aus. Er macht immer welche Sachen. Leute, Leute. Keinen Zombie können... Da... Nein. Er denkt... Er denkt... ... 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 Freunden anstellt, werde ich euch wegschnitzeln. Jetzt bringen wir Luft. Oh, Diana! Oh, nein, nein! Der ist rausgegangen. Nein! Ja, er ist tot. Der ist schützbar. Nein, die zwei. Leute, wir müssen mithelfen. Alle beschützen das Ding. Oh, hab ich ihn weit geschleudert, Leute. Und, tschüss. Oh, wir haben ihn. Er ist in der Luft. Oh, nein. Nein. Dann, tschüss. Dann, die anderen bringen alle in die Luft. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Leute, wir sind 11.7. Leute, da hinten... ...noch einer ist auf meinen Kopf und... ...geleisert. Nein. Bitte schön. Nein. 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 Wenn die... Sie trauen sich. Nein. Es macht jeder... Nein. 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 Wir können es noch schaffen. Nein. Nein. Wir müssen hier rum springen, weil wir brauchen Leben. Nein. 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 Das heißt, ob wir brauchen wirShow. Nein. Nein. Es gibt Arbeit, Hilfe. Nein. Nein, können wir uns noch in der Waffe holen? Heute und ich die nächste Quatschzeit 20. Leute, bei diesem Mal hören wir bitte auf. Das war's in dem Video. Tschüss!